Hallihallo, hallöle. Mittwochabend, Dax-Time. Ein paar Kleinigkeiten vorweg. München Börsentag war cool. Ich habe viele von euch kennengelernt, sind alle gekommen, hat mir echt Spaß gemacht. Vielen Dank dafür. Dann am Freitag kommt der Film ganz normal und ich tanze nicht mehr in dem Mai. Ich glaube, wenn ich in so einem Club bin, da komme ich mir irgendwie deplatziert vor, weil ich 40 Jahre älter bin als die anderen. Deswegen, ich habe wahrscheinlich sogar relativ viel Zeit. Ich wollte mal wieder ein paar Filme machen über Aktien. Könnt ihr euch ein paar wünschen, dass ich vielleicht mal so 10, 12 Stück nehme. Was auf jeden Fall reinkommt, ist Lufthansa, Deutsche Bank. Und zuversichtlich auch Siemens Energy. Wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, aber dann bitte nicht Werte aus der 3., 4. und 27. Reihe mit 20 Millionen Marktkapitalisierung, sondern seriösere Sachen, sagen wir es mal so. Dann schreibt die drunter und ich werde schauen, dass ich möglichst viele hinkriege. Also ich werde jetzt nicht die ganzen drei Tage da sitzen, aber vielleicht irgendwie am Sonntagnachmittag oder Montag. So, und jetzt kommt es hier zum DAX. Tagessicht. Chart liegt vor euch. Das ist diese immer noch sehr bekannte Linie von 15.670. Ja, und ich war natürlich heute wieder super schlau. Meine Arroganz wurde bestraft. Als es runterging, habe ich gedacht, naja, legst du es mal 10 Punkte drüber. Also 15.680 wollte ich ein Limit reinlegen. Habe ich auch gemacht. Ja, und da ging er nur bis 15.693. Und dann habt ihr ja gesehen, ich zeige es euch mal hier auf 5-Minuten-Chart, was der Freund dann da gemacht hat. War das das hier? Ne, das war hier hinten. Da. Ja, da darfst du nicht aufs Klo gehen, dann bist du hier oben schon irgendwo. Also, und ich war auch zu arrogant, um das Limit zu ändern. Das war echt doof. Ja, selbst dran schuld. Ich soll es euch besser wissen. Also, mir gefallen hier ein paar Sachen nicht so sehr. Mal angefangen, die Bänder gehen wieder zusammen. Das bespricht weiterhin eine insgesamt fallende Volatilität oder ein Bleiben in dieser Bänder-Range. Oben maximal 16.068, das glaube ich aber nicht. Und unten die 15.300, die wird steigen, die wird fallen, also die gehen enger zusammen. Wir haben heute fast auf der 20-Tage-Linie aufgesetzt und fast wieder auf der eben schon besprochenen 15.670. Diese Linie hier, ich weiß nicht, ich glaube, zwölffach bestätigt oder sowas, bleibt nach wie vor sehr wichtig. Ein Schließen unter dieser Linie mit, sagen wir mal, 30 Punkten, also so eine 15.640 ungefähr, würde das Tor zu diesem Bereich hier öffnen. Da sind wir bei 15.333 zur 15.270. Mir fehlt die noch. Die hätte ich schon noch ganz gern. Wer es ihr nicht glaubt, wenn wir hier drunter gehen, spätestens auf ihr muss es glauben, das ist die 15.480. Wir sind bereits negativ über die, was ich immer nenne, moderne Sichtweise. Und wir werden seit heute negativ über die ältere Sichtweise, das hier von Appet und Hitchler, das, was die erfunden haben. Auf einmal greifen die. Wir sind aber auch negativ geworden über die Stochastik. Das ist jetzt das erste Mal seit, jetzt muss man gerade mal schauen, seit dem 29.3. Also es ist jetzt fast ein Monat her. Und einen Monat lang waren wir überkauft und haben wir in der Zeit die Range gemacht hier von 15.200. Ich runde leicht hoch auf die 15.900. So, die ist jetzt erst mal der überkaufte Zustand. Ist erst mal beendet. Das ist ein Verkaufssignal. Ich finde das, was der DAX heute gemacht hat, echt erstaunlich. Gut, die Amis, die sind ordentlich gestiegen. Da habe ich heute Morgen einen Nasdaq-Film reingemacht. Aber mir reicht es noch nicht, was die Nasdaq da macht. Das ist mir zu wenig. 12.100. Wie dem auch sei, wir haben uns den ganzen, seit 10 Uhr haben wir uns hier hoch gerettet. Und das ist hier so eine Art Umbrella Doji. Da der auch 10 Tage Abstand hat zu dem nächstieferen Kurs, weil hier sind wir nämlich drunter, gilt der auch für mich. Das ist grundsätzlich ein positives Zeichen. Also aufgesetzt auf diesem Plateau, aufgesetzt mehr oder weniger auf die 20-Tage-Linie. Das ist vom Chart her gar nicht so verkehrt, aber die Technik bringt es nicht. Wir haben hier ein paar Werte, die jetzt wirklich wieder ganz gut aussehen. Da ist so eine VW dabei. Also die kommen langsam wieder hoch. Wir haben Werte, die bald in Kaufbereiche reinkommen. Das ist eine Lufthansa, das ist eine Deutsche Bank. Also er sieht nicht verkehrt aus. Es fehlt nach wie vor die Initialzündung. Und wir haben ja morgen, heute Abend kommt noch Metaverse, morgen kommt Amazon. Und ich glaube, das sind 14.30 Uhr die Arbeitslosenzahlen aus Amerika. Die sind natürlich das Highlight der Woche. Da wird dann ganz, ganz, ganz viel reininterpretiert. Da muss man ein bisschen aufpassen, 14.30 Uhr. Da kann es also zur Stimmung kommen. Annelie hat morgen Q1-Zahlen und Hauptversammlung. Und die Deutsche Bank macht die Q1-Zahlen. So, wenn ich jetzt mal auf die vier Stunden gehe, was ich ja mittwochs immer gerne mache, ist es so, dass wir hier sogar schon wieder leicht positiv werden über den Trennfolger und auch über den Oszillator. Dadurch, dass wir diese, naja, lange seit zwölf Stunden während der Aufwärtsbewegung hier haben, ist es normal. Aber hier oben ist so ein Klumpatsch. Auch hier gilt genau wie im Tagesraum 15.930 als ziemlich fetter Widerstand. Aber wir sind jetzt bei, im Moment bei 15.791, es sind nur 130 Punkte. Wenn morgen die Zahlen so kommen, wie der Markt sie nicht erwartet und besser als erwartet, ist es eine Sache von drei Minuten und dann sind wir da drüber. Da muss man also echt ein bisschen aufpassen. Dann haben wir von der Stunde her, wo ist sie, hier ist sie, haben wir also auch recht schön gedreht, guckt immer mal hier, lang, kurz, kurz, ja, da kam also dann hier kam das Signal und dann sind wir dann auch nochmal ein paar Punkte hochgegangen. Wir kamen aber auch hier auf das Signal, schauen wir mal, wo ist die hier. Das war diese Kerze hier, da kam das positive Signal über den Oszillator. Das ist ganz schön, nach wie vor fürs Daytrading ist das okay, für den Handel über den Tag hinaus, finde ich es nicht so einfach. Also so möchte ich es mal ausdrucken. Dann, jetzt gehe ich mal zurück auf den Tag, habe ich Folgenscheine mitgebracht. Die verändern sich ja, also die Basis verändert sich. Zum einen hier ein, der ein bisschen heißer ist, 15.178, da sind wir hinter dieser, hinter diesem Bereich hier, hinter dieser, wie ich das ja immer nenne, Soft Landing Area, unterhalb des unteren Bandes, unterhalb von diesem Bereich, 15.80, da sind wir, 1.78 sind wir hier, GP1-D5R. Dann habe ich einen, der ein bisschen gemütlicher ist, mit dem Hebel von 16 bei der 14.872, da sind wir hier. Das sind also die gleichen Scheine wie am Mittwoch. Ich glaube, ich muss die nicht alle vorlesen. Das sind die gleichen Scheine. Ein Put hier, 16.497 für morgen. Ich werde es so machen, dass ich um 14.25 lege ich Limiter rein, 200 Punkte drüber, kaufe ich mir ein Put, 200 Punkte drunter, kaufe ich mir ein Call. So, so mache ich das, weil manchmal springt es halt. Ob ich die dann kriege, müssen wir mal schauen, aber das klappt manchmal recht gut. Aber vielleicht mache ich auch nur 150 Punkte. Das sind also die Scheine für die Woche. Wie gesagt, Freitag passiert alles. Nächsten Freitag bin ich nicht da, da mache ich nur noch einen Mittwochenfilm. Da springe ich in Österreich rum. Und da werde ich also, nächste Woche mache ich nur einen Film. So, und damit wünsche ich euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.